Dein Arbeitgeber bittet dir eine betriebliche Altersvorsorge an und nun fragst du dich, ob das sinnvoll ist? Bevor wir darauf eingehen, wann sie auf jeden Fall sinnvoll ist, müssen wir erstmal kurz schauen, wie eine betriebliche Altersvorsorge überhaupt funktioniert. Einfach erklärt sie das so aus, dein Arbeitgeber, der schließt für dich meist eine Lebens- oder Rentenversicherung ab und zahlt monatlich x Euro darin ein. Du kannst dann den Betrag aufstocken, indem du auf Gehalt verzichtest und selbst was hinzuschießt. Was daran charmant ist, was du selbst einzahlst, das gibst du direkt von deinem Bruttolohn ab, ohne dass du also dein bereits versteuertes Nettoeinkommen investieren musst. Das bedeutet also andersrum, du sparst Steuern und Sozialabgaben auf diesen Sparanteil. Soweit so gut, doch bei dieser Ersparnis entsteht auch gleichzeitig ein Problem. Alles, was du von deinem Bruttolohn abziehst und in die betriebliche Altersvorsorge steckst, das sorgt für eine Minderung deiner gesetzlichen Rentenansprüche. Denn du zahlst ja so auch weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Darum muss man immer auf dem Schirm haben, dass man zwar einerseits Steuern und Sozialabgaben jetzt spart, andererseits aber auch weniger gesetzliche Rente später bekommt. Okay, das merken wir uns schon mal. Nun erstmal zum Produkt an sich. Eine betriebliche Altersvorsorge ist immer eine Kombination aus einem Inhalt und einer Verpackung. Der Inhalt, der ist das, worin der Versicherer selbst anlegt. Also zum Beispiel risikoarme Anleihen. Die Versicherung selbst, das ist die Verpackung, in der die Anlage steckt. Und das Problem ist, solche Verpackungen, die sind eigentlich immer renditeschädlich. Weil einerseits kosten die Geld, da man ja eine Versicherung auch bezahlen muss. Und andererseits sorgen sie dafür, dass der Inhalt, also die Anlage an sich, nur sehr konservativ sein kann, wenn dir ein Versicherer etwas garantiert. Denn der Versicherer, der kann nicht renditorientiert anlegen, das darf der in solchen Fällen ja gar nicht. Wenn man nun all diese Faktoren berücksichtigt, also die Kosten der Verpackung, die niedrigere Rendite durch die schlechteren Wertpapiere und die entgangene gesetzliche Rente, so schneidet eine betriebliche Altersvorsorge von vornherein deutlich schlechter ab als eine vernünftige Altersvorsorge mit globalen Indexfonds wie ETFs. Das haben wir und auch viele andere schon mit diversen Szenarien durchgerechnet und ist mathematisch ja auch total logisch. Übrigens, falls du gar nicht so genau weißt, was mit globalen ETFs gemeint ist und wie das geht, dann schau dir mal unseren kostenlosen Crashkurs zum Thema an. Gut, da spricht es erstmal nicht so wirklich für die betriebliche Altersvorsorge, aber vielleicht möchtest du ja trotzdem auf diese Weise vorsorgen oder zusätzlich, also quasi als Mischform, um deine Anlagen eben ordentlich zu streuen. Und das verstehen wir ja gut. Rendite alleine ist ja auch nicht alles. Überlege dir jedoch, ob du nicht ab und an mal den Arbeitgeber wechseln oder dich gar selbstständig machen möchtest. Denn eine solche Veränderung, die führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu gravierenden finanziellen Nachteilen in der betrieblichen Altersvorsorge. Sollte dein neuer Arbeitgeber deinen Vertrag nicht übernehmen, was leider der absolute Normalfall ist, oder sollst du dich selbstständig machen, dann kannst du natürlich selbst weiterhin in deine alte betriebliche Altersvorsorge einzahlen, aber schön von deinem bereits versteuerten Nettoeinkommen. Die Steuer- und Abgabenvorteile sowie der Arbeitgeberzuschuss, die entfallen dann. Du kannst natürlich einfach einen neuen Vertrag bei deinem neuen Arbeitgeber abschließen und deine alte betriebliche Altersvorsorge einfach ruhen lassen. Aber aufgepasst, der einzige, der von dem Gewechsel was hat, das ist der Versicherungsverkäufer. Der bekommt nämlich für jeden Vertragsabschluss richtig viel Provision, basierend auf der angenommenen, meist jahrzehntelangen Vertragslaufzeit. Und diese Abschlussprovision, die mindern innerhalb der ersten fünf Jahre deine Ersparnisse enorm. Das bedeutet, nach fünf Jahren ist der bisherige Wert erstmal mit allergrößter Wahrscheinlichkeit negativ. Wechselst du nun den Arbeitgeber, dann kannst du wieder Provision auf den neuen Vertrag zahlen. Naja, bei dem heutzutage normalen Arbeitgeber-Hopping ist das also eine ganz schlechte Idee. Überträgst du hingegen dein bereits angespartes Kapital in einen neuen Vertrag, den dein neuer Arbeitgeber anbietet, dann können Übertragungskosten entstehen. Und ziemlich wahrscheinlich sind die neuen Konditionen schlechter als die bisherigen, weil du älter geworden bist und so weiter. Ob dein neuer Arbeitgeber einen gleichen oder besseren Zuschuss als dein Alter gewährt, ist auffraglich. Tja, also eigentlich bleiben nur zwei sinnvolle Szenarien, wo sich die betriebliche Altersvorsorge erstmal lohnen kann. Du bleibst sehr lange bei einem Arbeitgeber und dein Arbeitgeber gibt richtig viel dazu. Also je nach Expertenmeinung sollten das mindestens 30 bis 50 Prozent sein. Und dann gibt es noch ein trauriges Szenario. Solltest du im Alter mit wenig Rente rechnen und oder Sorge haben, während der Ansparphase zwischendurch Hartz 4 beziehen zu müssen, dann kann sich eine Betriebsrente natürlich ebenfalls lohnen. Wir sind aber auf jeden Fall immer noch erschrocken über die Ergebnisse, die einen anspringen, wenn man selbst mal nachrechnet und nicht dem Versicherer blind vertraut. Unser Fazit und das von unabhängigen Experten, die dir keine Produkte verkaufen wollen, das Modell der betrieblichen Altersvorsorge hat für unsere Generation, die nicht mehr wie ihre Eltern 40 Jahre bei Siemens arbeitet, ausgedient. Neben ordentlichen Renditen verlierst du außerdem völlig deine Flexibilität bei einem solchen Konstrukt. Denn sorgst du selbst vor, dann kannst du ja jederzeit entscheiden, zu welchem Zeitpunkt du dir wie viel auszahlen möchtest und bist nicht an eine konstante Rente gebunden. Sollte dein Arbeitgeber willig sein, die betriebliche Altersvorsorge stark zu bezuschussen, dann kannst du auch überlegen, ihn lieber darum zu bitten, dir dein Gehalt entsprechend zu erhöhen und selbst zum Beispiel ETF-Anteile davon zu kaufen. Also lass lieber die Finger von Versicherungsverpackungen, denn gegen das Altwerden kann man sich nicht versichern, sondern man sollte dafür Vermögen aufbauen. Spar dir quasi den Müll und hol dir lieber gleich einen ordentlichen Inhalt in seiner Reihenform. Wenn du nicht in der Steinzeit lebst, dann lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge vermutlich nicht. Arbeitgeberwechsel sorgen also für massive Nachteile und der Einzige, der dann was von einer betrieblichen Altersvorsorge hat, ist der Versicherer und für dich wird die ganze Nummer so zum Verlustgeschäft. In einem Fall lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge jedoch immer, wenn dein Arbeitgeber alles zahlt. Das kannst du einfach als Geschenk verbuchen und musst nicht lange überlegen, du hast ja später nur Vorteile davon und musst selbst nichts dazu geben. Wenn du wissen willst, wie Altersvorsorge richtig geht, dann schau dir am besten unseren Crashkurs hier an. Darin erklären wir dir, wie du easy peasy langfristig Vermögen aufbaust, damit du im Alter auch ordentlich Kohle auf den Kopf bauen kannst.